Meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ein neues Video steht an Scooter Weekend 2007 und heute habe ich mir was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Da es bei den letzten Malen ja immer so ein bisschen an Hintergrundvideos und Bildern gemangelt hat, dass die einfach noch nicht gab zu der Zeit oder nicht so einfach verfügbar waren, gibt es heute etwas ganz Feines. Und zwar die offizielle DVD zum Scooter Weekend 2007, die gibt es schon ewig nicht mehr. Ich habe davon noch eine im Schrank gehabt. Ich habe die digitalisiert, das heißt ich habe die jetzt hier als Videodatei vorliegen. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an und ich werde dann hin und wieder mal pausieren, ein bisschen was dazu erzählen. Hintergrundinfo dazu ist, 2007, ich habe noch nicht für Scooter Attack gearbeitet. Die haben mich aber vorher kontaktiert und haben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dieses Jahr beim Scooter Weekend so ein bisschen vor der Kamera mitzumachen. Da habe ich gesagt, na klar, ich komme ja sowieso gerne. Dann bin ich dort hingekommen mit meinem Kumpel und kam dann dort an und dort hat schon der Kameramann auf uns gewartet mit seinem ganzen Equipment. Und wir dachten halt, wir filmen da so ein bisschen was fürs Bonusmaterial oder so. Tja, stellt sich raus, dass wir da den ganzen Aufenthalt über das Event gelaufen sind, mit der Kamera alle möglichen Leute interviewt haben, Faxen gemacht haben ohne Ende. Und Monate später hatte ich dann die DVD im Briefkasten und habe die dann gesehen und habe gedacht, krass, der ganze Film, das ist ja alles größtenteils ich, der da durch das Event führt. Da habe ich gedacht, oh scheiße, was werden die Leute nur davon halten. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich will aber gar nicht lang rumreden. Wir gucken uns das jetzt zusammen an. Das geht über 50 Minuten. Ich teile das in zwei Teile. Wir machen jetzt den ersten Teil. Wenn euch das gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kommt auch alsbald der zweite Teil nach. Ich habe das Ding seit ewig nicht mehr gesehen. Also ich habe es schon bestimmt zehn Jahre nicht mehr gesehen. Ich bin mir sicher, da wird mir einiges heutzutage unangenehm sein. Nichtsdestotrotz, die Reaktion, die ihr dann seht, ist auf jeden Fall eine ehrliche. Gut, ich setze mir die Kopfhörer auf. Wir schauen gemeinsam rein. Ich muss die Bildschirmaufnahme natürlich noch starten. Das mache ich genau jetzt. Und los geht's. 4 zu 3 natürlich noch, ist Oldschool. War auch topproduziert damals, das Ding. Also wirklich geil gemacht. Ja, ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Geil, das Logo richtig animiert. Das ist guter wie der 2007. Geil, geil. Ja, da war ich schon feiert. Da war ich richtig schon feiert. Ich hatte Spaß meines Lebens. Okay, willkommen bei der diesjährigen Limbo-Veranstaltung. Das ist mein Kumpel, der Brems. Er hat das Equipment fürs Mikro getragen. Das ist noch gut. So, der Brems fängt heute an, das ist die Limbo-Line. So, wird der Brem es schaffen. Tanze, Samba mit mir. Samba, Samba, die ganze Nacht. Tanze, Samba mit mir. So, und jetzt ich. Ja, das ist noch eine Kamera am Mikro. Oh, jawohl. Ja, vielen Dank, dass Sie uns beehrt haben an diesem Limbo-Event. Wir filmen jetzt live weiter später aus dem Wald. Tschüss. Ich muss kurz Pause machen. Ich muss noch dazu sagen, der Produzent und Kameramann, ich komme leider nicht mehr auf seinen Namen, es ist schon so lange her, ich glaube Bernd oder so. Tut mir leid, wenn ich es nicht mal richtig weiß. Den habe ich dort kennengelernt, der wusste auch nicht, was ihn erwartet, glaube ich. Und dann komme ich da an mit dem Brem und gebe da direkt so Gas, der muss auch gedacht haben, oh Mann, wo sind wir da reingeraten. Aber der hat das super gemacht, wir haben uns auch super verstanden, der war mega korrekt, es hat Spaß gemacht mit dem da zu filmen. Und dann so haben wir uns dann gegenseitig quasi angefeuert und das war eine gute Symbiose. Und dann hat man natürlich, wenn man merkt direkt, man ist nicht grün, dann gibt man natürlich direkt richtig Gas. Und ich war dann dementsprechend, wie man sieht, sofort in meinem Element. Wir sind jetzt ganz nah dran und wir werden jetzt hier knallhart recherchieren, was kommt denn hier auf den Tisch. Hallo, wir möchten heute zeigen, was es hier tolles im Wald zu essen gibt. Was hast du denn da? Lass mich kurz schauen. Zwei Würste, zwei Würste, dazu Brot vom Grill, Orangensaft, sehr gesund, plus stille Quelle, Mineralwasser. Und ja, was ist denn hier noch? Hier auch eine Kinderportion und Ravioli ohne Nudeln. Ja, nur einmal raumweißen, ein kleiner bisschen, da muss es auch schmecken. Probier's, probier's. Ah, mal rein, schmeiß die Teile, ist auch nicht so schmecken. Lecker. Ja, die Leute wussten natürlich auch vorher nicht, dass wir kommen. Wir sind da also einfach in die Camps reingeradet, haben den Leuten da die Kamera ins Gesicht gehalten und geguckt, was wir kriegen, ne? Na gut. Ja, man sieht, es schmeckt eben. Und, äh... Auch geil, die Zwischenschnitte immer. Das hat so ein bisschen was von Musikfernsehen, MTV, Viva zu der Zeit, saugeil. Äh, das sind die, die es immer bei QVC gibt. Hier, auch mal schauen. Hab ja auch schon, äh, nächtelang davor gesessen und im Zwiespalt im Bett gesessen. Hab ja gedacht, bestellst du sie jetzt oder bestellst du sie nicht? Wie ist denn? Alles Arsch. Ja, was soll ich machen? Kamera, Arztstätte. Scheiße, nee. Akku ist platt. Ja, also, bei QVC besser nicht bestellen, auch wenn's um Rollerteile geht. Lieber bei Scooter-Attack bestellen. Damals, ne? Damals schon die Fahne immer hochgehalten, ne? Chapeau. Und, äh, ja, habt ihr keine Rolle oder was? Die Gesichter, die Gesichtsausgleiche, die Leute überrumpeln, wüssten gar nicht, wie es geschieht. Nachfuchzen war. Geil. Na, das war das letzte Jahr Hockenheim, glaub ich, ne? Ja. Hm. Ach, krass. Mit dem Pinsel und der Deckfarbe, äh... Vanessa. Die wohnt heute hier bei mir, wenn sie nicht umgezogen ist, äh, äh, mit ihrem Freund hier, äh, äh, gegenüber bei mir, in der Straße. Kann ich quasi von hier aus sehen, die Bude, ne? Und die kommt eigentlich aus Hamburg. Ne, krass. Nego. Nego-Lack. Oder wenn der Bayerische sagt, äh... Ja, wie sagt man denn den Bayerischen Bremsen? Spricht das auf? Watt denn? Frag sie, wie sagt man den Bayerischen Nagellack? Ich kann kein Bayerisches. Ich auch nicht, deshalb frage ich. Ich komme aus Hamburg, ich kann kein... Achso, sie kommt aus Hamburg. Na, dann ist es klar. Ja, dann ist es ja klar. Kleine Musikreferenz, ne, wenn es jemand erkennt. Gerne in die Kommentare. Geil. Meine Spyder-Sensoren sagen mir, hier gibt es gratis Bier abzugreifen. Ja, ich habe mich natürlich da von Camp zu Camp gehangelt und habe mich natürlich, habe den Motor am Laufen gehalten, indem ich immer Grillfleisch, äh, bekommen habe und, äh, hin und wieder hat man einen schönen Gerstensaft, ne? Das hat immer gut funktioniert. Ja, das ist cool. Ich setze mich mal kurz hier hin. Ja, natürlich. So, ich muss den kurz mal entspannen. So, erzähl doch mal, was ist denn hier los? Da ist es einfach nur noch saugeil. Das sage ich eigentlich. Wenn man lässt, die haben schon da, das ist nur noch der Hammer. Das ist nur noch geil. Das ist, man kann es einfach gar nicht beschreiben. Das ist nur noch geil. Ja, ich kann das im Prinzip schon nachvollziehen. Ja, ich glaube, du kriegst da nicht ganz klar, nicht mal meine Hand her. Ich habe da keine Hand, Frau, ich verstehe. Ja, natürlich, ich bin mir das nicht da. Äh, geil, ey. Ja, der Bernd filmt und dreht an der Kamera. Bernd, er hieß wirklich Bernd. Ja, guter Mann, habe ich mir doch merken können. Guter Mann, Grüße gehen raus. Fetisch hat. Bremme ist hier mein Kabelträger. Bremme, guck, komisch. Ja, ja. In die Kamera. Muss wehtun. Ja, ich gebe mir eine Mühe. Ja. Ja, Prost, ne? Ja, Prost, danke. Prost, oi. Oh. Oh. Oh, schönes bayerisches Heldes, ne? Nicht schmerz, du elendig, wie du Brunskarhe, du angesagt, ey. Du schierge Wiesen, du bläde Karhe, du angesagt, ey. Du bist so schierg, wie die Nachtfinster, du bläde Sau, du bläde. Du reiß auf Ehring, sag ich nur, du bläde Karhe. Wie haut ein Weiß, wo steh'n vom Pfotzen, ey, ey. Oh, Mann, ey. Oh. oh Ohne Helm! Der ist überhaupt nicht getut! Aber das ist mein Baby! Und wenn ihr immer ein Problem mit meinem Baby habt, der soll dann zu mir kommen. Aber wir haben auch da hinten die Kostums-Cars, ne? Die Kostums-Roller! Aber wenn ihr mehr zu unseren Kostums-Rollern wissen wollt, müsst ihr den nachfragen, weil das voll der Freak! Der da ins Bier beißt! Ach, Junge! Ihn kennt man heute noch! Hab ich letztens auf unserer Seite gepostet, hier, der Herr mit den strubeligen Haaren. Der hat später das Fass gefordert, ne? Dieses Bitburger Fass! Wenn ich ihn jetzt nicht verwechseln! Ja, wir sind schon etwas länger hier, und wir trinken auch gerne Alkohol, dann passiert das schonmal, ne? Dass man sich immer festbeißt in der Angelegenheit! Da muss man auch Biss beweisen! Hartnäckig sein! Ja, ja, laberweiter! Und du bist hier, um Scheiße zu labern und Leute überwiegen! Ja, hat er recht! Überwiegen! Wer verdankt wurde? Äh, Kaiser von China? Falsch! Wer denn? Weiß ich nicht, deshalb frage ich! Hört sich gut an! Dreieck, Zweieck, 3D, 4! 1D! 1,5AD, 2,3, 8,0! A² plus B²! Gleich C²! E gleich MC2 zum Konrad! Hört sich gut an! Sehr gut! Muss! Da haben sich zwei gefunden! Darf ich jetzt trinken? Wenn das nur alles ist? Äh, leider! Leider! Okay! Er ist auf Zack! Er ist auch auf Zack! Ja! Okay! Oh! Wow! Ah, willst du Shisha brauchen? Sieht so aus, ne? Welche Geschmacksrichtung? Erdbeer. Darf ich mal probieren? Geil, danke, Mann. Und die Mucke, ey. Er hat recht, Erdbeer. Wer fand die Blockflöte? Was? Wer fand die Blockflöte? Verstehe ich's nicht. Ja, aber keiner kann es uns beantworten. Wichtige Fragen, wo du mich nimmst. Alter, Größe und Geschlecht in die Kamera. 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 Und anstatt die Werte anzugeben, sagt er's einfach nach. Ich muss es kurz zurückspulen. Alter, Größe und Geschlecht in die Kamera. Alter, Größe und Geschlecht in die Kamera. Alter, Größe und Geschlecht in die Kamera. Dankeschön. Vielen Dank für das Interview. Oh, oh, geil. Oh, boy. Oh, cool. Vieles, vieles. Oh, love. Oh, Junge. Ja, auch damals schon die Cocktails, ne? Oh, es wird nacht. Also Schnitt, muss ich sagen, auch heute noch. Supergeil. Oh, jetzt wird es da, da ändert mich. Jetzt wird es so ein bisschen Popschnitt, so psychedelisch. Geil gemacht. Ach, auch damals. Ach, guck mal hier. MTB-Jungs, ne? Die haben wir später am Streetpass-Magazine zurück. Die waren da schon beim Start. Was? Musik auch super, ne? Da war ein Abriss auf dem Campingplatz des Nachts, ne? Männer alleine im Wald, so ungefähr. Da wurde sich richtig betankt und dann haben die Leute da freigedreht. Was an diesem Scooter-Weekend ja, dem Scooter-Weekend noch zum Verhängnis geworden ist. Ähm, naja. Dazu später mehr. Why? Why? Die Jungs haben sich später bestimmt auch gefreut, das auf der DVD zu sehen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann. Er schaut direkt in unsere Seele. Ey, jetzt seht ihr die Aktionsfläche, wie viel da los war, unglaublich. Tausende von Leuten, tausende von Rollern vor allem. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Schönei. Schönei? Und sonst, wie findest du es hier? Hammergeil. Top, oder? Übest geil. Nächstes Jahr wieder? Beste Weekend auf jeden Fall. Immer wieder. Ja, immer geil, oder? Ja. Hau ab. Das Büro. Ja. Was ist los? Kennt man heute auch noch immer noch, ne? Wüsstens. Guter Weekend. Und? Das ist geil. Wer fand die Blockflöte? Was? Wer fand die Blockflöte? Geil. Nervig nicht. Und, äh, läuft die Rolle gut? Nicht die Mütze. So. Sind wir noch drauf? Sehr gut. Man hört langsam, ich werde heißer. Man hat vorher am Campingplatz schon gehört, dass mir die Nase konstant lief. Ich bin da dermaßen krank geworden an dem Wochenende. Ich bin schon leicht kränkelnd angereist. Dann ist mir irgendwann die Stimme weggenommen. Musste ich noch das Abendprogramm moderieren. Dann hatte ich gar keine Stimme mehr. Dann habe ich zu den Leuten noch von Scooter Attack gesagt, ey Leute, ich liege mit Fieber im Zelt. Ich habe keine Stimme. Ich glaube, es muss jemand anderes moderieren. Dann haben die gesagt, geht nicht anders. Du musst das moderieren. Da habe ich es trotzdem moderiert. Ginge auch. Aber ich hatte halt gar keine Stimme. Ich fühle mich ja da schon scheiße an. Abends habe ich mich richtig scheiße anwärt. Mein Satz wird hier recherchiert. Und ich bin froh, ob es dann nochmal über Klimtisch rausgekommen ist und zu sagen, aber wir müssen jetzt weiter. Und von daher bis später. Ich bin froh, ob es dann weitergeht. Ich bin froh, ob es dann weitergeht. Ich glaube, die Jungs waren aus Frankreich. Die haben mich da richtig Abschuss gezogen. Das ist toll. Hahahaha Boah, was da los war! Ja, da war noch nichts mit Blut, wo ist es damals? Keine Ahnung wie sie das da gemacht haben, aber... Das ist der Hockenheim-Ring. Geile Strecke. Geile Strecke. Geile Strecke. Geile Strecke. Geile Strecke. Geile Strecke. Ja, ist das der DevGren, der Stunt-Fahrer? Ja, ist der so aus. Krass, war der da schon am Start. Geile Strecke. Geile Strecke. Geile Strecke. Ja, auch das Street-Buzz-Magazin, der später die Stunt-Tutorials gemacht hat. Der Michael. Ja, krass. Yo, ey. Mitten auf der Rennstrecke einfach mal ein paar Burnouts ziehen, Die Welt ging so sehr, von Aiei 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 Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, war kalt, ne? Die Jungs drüber rum haben alle Pullis an und die armen Mädels müssen da mit dem kalten Wasser... Ja, ja. Die Mucke, die geht mir gut nachher. Da waren mehrere Pullstände, ne? Also da waren zwei, drei, vier, fünf Pullstände auf der Meile da. Die Jungs drüber rum. Oh, oh. Ja, jetzt haben wir, 10 PS oder was? Ja, genau 10 PS. Aber 2007, damals war das schon krasse Ansage. Also guter Wert, da haben wir mal so krasse Ansage, aber guter Wert. Ja, genau 10 PS. Was da los war, unglaublich. Ja, das ist gerade hier der Kicker abgebrochen beim Treten, haben wir uns jetzt hier bis 10 Euro so ein paar Pflanzen gekauft, aber egal, ob der Roller gedampft ist, denn vorher hatten wir den Schuhen verkoben. Deswegen, aber dann war es schon auf der Roller richtig gut. So 18 PS auf dem Berufstand hatten wir auch. Das ist schon gut. War das schon so die Zeit mit den Pocketbikes, wo der Hype losging? Ach guck mal, das ist das Ding vom Marvin. Letzter Zeit auch nochmal wieder Poster, äh, Bilder zugepostet. Komplett selbst gebaut ist das Ding, krass. Das ist schon mal wieder. Bildschirm in der Front, der hochklappt, war klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Lachgas, durfte natürlich damals nicht fehlen. Also damals hat man das echt noch regelmäßiger gesehen. Und damals natürlich auch schon ein Schnittmetto. Haben wir heute auf den Events auch noch stehen von den RT-Metoren. So Freunde, ich habe gerade unauffällig gespinst. Wir haben genau 25, 26 Minuten, das ist ungefähr die Hälfte. Wie gesagt, Teil 1 heute. Wenn euch das gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich alsbald den zweiten Teil. Für mich ist das so krass, das nochmal zu sehen nach so langer Zeit. Also das ist ja jetzt bei mir, also das ist von 2007. Das ist also 13 Jahre her, dass ich dort gewesen bin. Und ich habe das auch bestimmt 10 Jahre nicht mehr gesehen. Das ist so, als würde ich das das erste Mal wieder gucken. Krass, also lustig, wie jung ich da noch war und was ich für einen Mundwitz erzählt habe teilweise und wie genervt die Leute auch teilweise waren von mir. Ich kann es heute absolut nachvollziehen. Sehr lustig. Ja, die zweite Hälfte steht uns noch bevor. Wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit für den Moment. Checkt natürlich im Shop die aktuellen Angebote der Woche. Da sind wieder ein paar schöne neue Sachen dabei für euch. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo bei uns da. Freuen wir uns natürlich drüber. Aber checkt uns auch auf Instagram und auf Facebook ab. Da posten wir auch jeden Tag mehrere schöne Sachen, schöne Roller, auch Roller von euch. Wenn ihr was einschicken wollt, kai.scooter-attack.com. Kai mit Y schickt uns hochauflösende Bilder. Dann kann ich davon auch was posten. Das war es von dem Moment. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bleibt uns treu und bis bald.